Naja die Hälfte habe ich noch ja wir müssen irgendwo Fleisch so da ist ein Schwein das war die hinterlassen alle nix und zu blöd bist ich glaube du musst es nicht mit einem Schwert macht was ein Schwert ja ich geh die doch die ganze Zeit mein Schwert dahin ist schon ein Skelett ja es ist ja auch irgendwie nach n und schon vielleicht drückt mich nicht rein es bringt mich nicht zu warten ist aber neu er hat trotzdem wenn ich die trauen der Wildnis umrennen ist es besser als gar nichts das will ich sehen in den Höhlen Romer in der Schule ist nie scheiß erden ich Prozent ja ich habe natürlich ohne gefunden und verfeuert ist ja kohle 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 es ist groß die Höhle und ist sicher sein warum freu ich mich wie ich Eisen finde weil wir noch kein Eisen haben in meiner Singleplayer-Welt habe ich glaube ich 10 Stacks Eisen ist mir doch scheißegal wir sind hier nicht in einem Singleplayer also komm Eisen einsammeln fertig ja ja kein Stress ich habe kohle gefunden sehr froh dass ich es überhaupt mache ich habe kohle gefunden la 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 ja ich bin froh ich finde weißt du dass meine Scheiß Holzspitzhack gleich im Arsch ist weißt du dass mich das nicht interessiert es ist nicht alles geht nicht mit einer Holzspitzhacke nicht mit einer Holzachst ach so ich weiß falsche Blackout ich hoffe mich greift hier nicht gleich so ein so ein Boom von hinten an er ist nicht lustig ich finde es lustig ne stimmt das ist lustig wir haben laufen das war das macht hier und tschüss zumal warum baut sich das nicht ab ja bei mir lag es gerade jetzt aber Internet und so oh mich hat der Server ausgeschmissen ja ja ähm ja ich breche mal kurz die Aufnahme ab gell ja mich auch tschüss ja und ich jetzt auch äh ja also mein Fraps hat ein bisschen länger gedauert bis es startet naja also wir haben jetzt den Server neu gestartet wohlgemerkt ähm weil irgendwie abgekackt und so ja ist klar ich baue den Block ab dann flug da wieder hin und dann kommt's raus ja oh ich dachte aber irgendwie auch die Stelle hier so mal ey ich hab gedacht Monster sowas ist so geil ja eigentlich das ist ja geil bei irgendwas über bei mir nicht da naja ich baue die Scheiße halt trotzdem mal ab hier Eisen Kohlner jetzt geht da auch schon also mal ich hoffe dass sie keine Monster von hinten angreifen das wäre ich böse von hinten ja von hinten Tja Kohle abbauen das ist also also sehr spannend ne ja ich hab die ganze Zeit Angst dass hier irgend so boah es bleibt schon wieder ey boah jetzt geht das alles weg hier ja ja was ist denn das für ein Scheiß die Viecher bewegen sich auch alle nicht mehr ja irgendwas stimmt glaube ich bei Monster sowas nicht glaube ich ja ich bin da draußen ja ich auch also wir haben ein Problem da müssen wir nochmal so also äh ja die Framezahl bleibt okay das ist gut also wir haben jetzt alles und nichts gemacht und hoffen mal das ist ja wahrscheinlich gar nichts gemacht ich habe sogar neu gestartet sie ja und wir haben abgewartet ja ganz genau naja auf jeden Fall ich kann Kohle abbauen und die kommt sofort raus und das ist schon mal gut ja was ich hinsetze das bleibt auch da wo es sein soll das gut ja ich hab Kohle ich würde ja auch Holzhacken gehen aber ah cool ist es Tag hä wie? ja ja das war doch gar nicht noch nachts oder? hier liegt eine Feder rum da ist ein Pfeil zwei und ein Knochen da ist ein Schwein Kilig Kilig wow hey ich hab ein Schinken und da unten da unten sind Schafe boah du musst scheinen das ein Auftrag bei Holz zu holen oder? ja trotzdem ich muss Schafe killen du musst gar nicht doch das ist wie so ein Trieb immer der Berg baut sich nicht auf geil da ist ein Creeper da kommt der Kopf immer hoch Klasse dich mach ich kalt da ist er ja komm geh weg geh weg und wieder herkommen Mist der hat sich hochgeladen scheiße was? 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 ich hab dich leider grad nicht gehört du hast grad so ein bisschen so ähm ja halt einfach die Fresse ich hör dich nicht mehr richtig hast du wieder irgendwas kaputt gemacht? ähm ja jetzt 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 hör ich dich wieder im Blut boah Weltwunder ich hör dich ich hör jetzt nicht mehr super geil und hier baut sich der ach der Berg hat sich aufgebaut tja dann mach ich halt erstmal bei mir einen Singleplayer Let's Play mit einem anderen Typen der nicht mit labert aber naja das wird er schon irgendwann wieder hinkriegen oh jetzt hat er aufgelegt ja ich ähm werd nur mal kurz diesen nervigen Ton von Skype wegmachen ähm ähm ja er ist wieder online er ist einfach offline gegangen anscheinend äh cool so also also hier die Sprache geht über Skype übrigens ne äh Internet Connection Problem jetzt geht's wieder echt? ja und jetzt mach ich auch mal weiter dann fehlt bei dir jetzt auch was oder was? äh ein Stück von dir ja okay und du gehst auf nach Hause oder was ist auch egal also jetzt mal wieder da und er ist auch wieder da und jetzt ist alles gut und ich hab Holz was es wieder ist geht wir fangen die Display an und dann alles geht drunter und drunter und das ist so das eigentlich so wie immer ne wir wollen irgendwas machen und dann tja ist nicht so irgendwie geht's dann nicht warum auch immer ganz genau aber jetzt ist kein Bock das alles nur die Welt nochmal neu von normal machen und so das ganze nochmal neustern das ist jetzt einfach zu blöd ja ganz genau wir wollten ja schon mal ne ja aber das war auch nicht so so ich hab heute hier wie viel heute hab ich mal gemacht ich hab 13 normales und 13 Birkenholz ich hab so heißen cool und ich gehe ich ruhig bin scharf das ist ein ich bin ich muss mal gucken kann man es irgendwie so ausfinden ohne dass man F3 drückt ne F3 muss da drücken ne ich bin wenn der wenn der Betrug und bis die höchste Stelle beim Betrug ist auf der 5 Stufe ja genau am liebsten auch kommen so die bis zu schon und beim Betrug oder was eben auch noch ein bisschen ja auch weil er ist ein solcher Reise schützende und ich bin grad hier wieder runter gesprungen ich bin auch peaceful gewöhnt hat jetzt gehört dass er hat die zu ihr abgezogen ist und es ist in Hülow das ist nur so ein das ist ein Weg das ist so ein Fake ne das ist ein Fake ja ja ich kill jetzt die Kuh auch jetzt sonst was Beklopptes ich meine man kann da was ganz gutes draus machen aber später später ja aber jetzt soll das eh ich hab zu wollen so mal ich krieg auch boah ich krieg auch kein Leder ich krieg gar nicht mit die Viecher kill vielleicht ist es jetzt mal so dass halt wenn ich es krieg weil du kein Glück willst willst ja ja das ist ich bin nicht gewohnt zu lange zu sprechen am Stück sag mal ich krieg gar kein Leder jetzt hab ich schon 3 Kühe gekillt sag mal was sind hier für eine coolen Version hier sind 6 Kühe ah ja ich hab 2 Leder gekriegt ja noch ein Leder und hier ich will chicken tot noch mehr Leder kannst du mal einen Ofen bauen oben? Mist schmeiß ich erstmal die Samen hier weg ja ja schon aber ich muss hier erstmal Kühe killen dann könnte ich mir ne Rüstung bauen ich will aber auch eine ich will aber auch eine du kriegst doch gar keine heul und mein Schwert ist gleich im Arsch alter da sind wieder viele Kühe alter was ist denn das hier es gibt doch eigentlich auch keine Kuh spawner oder so ne äh ne ne aber hier spawnen immer zu Kühe Ey Frichita ey der spawnt Kühe ey ich spawn überhaupt keine Kühe er hat 2 Bildschirme offen gell und hat im Hintergrund noch den Server auf ne und spawnt da einmal zu Kühe ja klar gell weil ich auch gleichzeitig spielen kann und dann auf dem anderen Server dann noch tippen kann Anderen Bildschirmen äh ja ganz genau das sind das natürliche Höhle denke ich jetzt mal rein gehen ah ne ist nun ja ist nun sie äh äh das ist klar oh man soviel Rester und es ist doof äh Ö äh da hinten ist glaube ich noch eine natürliche Höhle uh die Kuh der ist gerade ein Schwein hin gespawnt Höhle Tja das ist doch egal Ey da ist Betrug Betrug? Betrug Betrug? ähm Mann der Betrug steht hier übrigens scheiß aus ja ich weiß so schwarz ne ne nicht schwarz so grau mit so Punkten drauf oh man jetzt muss ich wieder ganz viele Schweine killen ey was für ein Wunder da musst du gar nichts kannst was für ein Wunder hier sind gerade 6 Beine äh 6 Beine gespawnt 6 Schweine gespawnt 6 Stück ja am Stück oh scheiße mein Inventar ist voll schmeißt es den Crafting Table weg und den Wunden Blank und den Crafting Table und die Samplings da nicht noch Fleisch so ne Scheiße dass man das nicht decken kann war es Fleisch? ja das Inventar mal so schnell ah ah ok ist die da jetzt halt mal die Crafting Table rum cool hier ist baut sich die Welt nicht hä und hier sind Baum wo es endlich drum rumliegen und er hat hat kein keine Blätter mehr hä naja man muss den Server nicht verstehen und die Welt baut sich nicht auf natürlich und da auch nicht hey cool da kommt es halten zu Lames in Tarnel auch deine Mutti zu Lams in Welt und wird gleich Nacht ja hat sie scheiß Wähler ja äh tja ich kann jetzt leider das Schwein hier nicht mehr kennen weil mein also ich könnte schon aber mein Inventar ist voll und scheiße wo ist mein Zuhause so jetzt bin ich auf Stufe 5 ne also ich glaub ich habe es nicht zu laufen 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 13 15 16 15 15 16 15 15 16 15 16 17 20 20 21 24 24 25 23 24 25 Vielen Dank.